Hey Leute, Willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Revenge. Lasst gerne ein Like da und viel Spaß mit dem Video. Ich will jetzt anfangen, die Mauer zu bauen, weißt du? Ich will jetzt mal was Gutes für die Menschheit sagen. Für unsere Stadt. Für Rotze. Ja, wenn die dir dabei helfen, musst du dir auch ein bisschen Geduld haben. So. Jawoll, Stein. Jawoll! Wow! Ah! Das hat sich so realistisch angehört, als hätte er sich gerade wirklich alles angehört. Ey, das muss ich... Das ist so geil. Also nicht Stein, sondern... Ah, also schon, weil mich ein gewisser Typen-Name ist. Okay. Ja, okay. Was nehme ich jetzt mal bitte? Zu Stress? Wasser einmal? Ja, finde ich Stress. Ich will Stress, ne? Boah, okay. Alter, Junge! Noah! Nicht gegen den Bro! Nicht gegen den Bro, wenn er einen Wasser einmal hat! In der Nose? Ja, in der Nose. In der Nose? Kleine, kleine Nutte, ne? Ich glaube, ich muss... Weißt du, Sina? Ich glaube, ich komme mal her, gell? Ich glaube, ich lauf jetzt hinterher. Boah, der war ja so sick, alter! Der war ja so sick! Die Luft hier oben ist gut. Ja, ja, ja. Also noch ein Sprung. Du bist so ein Horn. Ja, Stein, hab immer an dich geglaubt. Ich hab immer an dich geglaubt. Ich hab immer an dich geglaubt. Ich hab immer an dich geglaubt. Scheiße. Ich zieh mal durch! Okay. Wie Männer. Wie wir! Äh! Warum? Hast du auch gesagt, dass du dich abschießt? Nein, ich... Zu krass. Ja, aber du warst gerade ein Doppel in Funk, ne? Hä? Woher weißt du das? Hä? jetzt also jetzt ist gruselig ich gehe einfach ganz normal weg auf einmal was doppelte du siehst das ja mal wenn jemand doppelt 5 geht der ja der kopf nach oben ja genau du bist ja richtig gruselig da steht er schon wieder wenn ich töten du bist wichtig kann zeit habe ich dich einmal getötet oder hast du mich ständig getötet also wirklich ein verpärten ein herz weil du dich durch die lustig das musste jetzt sein das musste sein ich habe dich nicht einmal getötet heute nämlich dreimal das muss sein so Das riecht doch einfach. Hast du deinen Bogen getroppt? Du hast in der Luft deinen Bogen getroppt. Es sah so geil aus. Also wer geht rein? Wer will den Schatz? Tschüss. Oh, hab ich nicht geladen, Halb? Okay, ich geh auf jetzt was ran. Okay, ich geh mal ein Stück hinter. Oh mein Gott, er traut sich, ich spring rein, alle kommen nach. Du warst nicht unser... Let's go! Ja, das ist das für... Ich hab vier Pfeile, Jungs. Du schaffst das Kyra, vier Pfeile, das reicht. Ich hab euch gesagt, ich hab nicht so viele Pfeile. Also, ein Boots fängt schon mal an. Ich hab zwei gerade raus. Oder drei, zwei, drei. In der alten Version, das sieht so kacke aus. Ich hab' vielleicht schon. Oh, Junge! Die Neuversion ist absolut trotzdem! Ja, wir müssen uns hochbauen. In der neuen Version gehts glaube ich... Durch den Aus. Wer würde mich hochbauen? Ich hab' keine Pfeile. Ich hab' dir eh... Ich hab' dir leckeres gesagt, hast du deine Laufwollingen noch mitgenommen? Scheiß, ich hab' gerade die Möglichkeit. Ich hab' keine Glück. Also, musst du dich hochbauen? Ich mach' links, reste du, Mach' links. Ich mach' links. Ui, die Kläder. Ah, was? ich weiß ja ich dachte es wäre aus nein deswegen ist offensiv frei was wäre aus soll ich denn loot einsammeln der was schon alle schluss jahr also er geht er geht einfach kurz hier zuzubauen sind alle durchgefallen wir sind so viele leute seid ihr schon direkt wieder beim stronghold ja mir gesagt in direkt rein aber wie seid ihr schnell so dort also du dich jetzt bett geliebt dazu da war es also damals lief dann bist du weiterhin guck mal was ich da gerade geholt habe wofür weiss ja noch nicht weiss ja noch nicht abone ol wofür wofür wofür